RAM 2024. Updates. Servus Flo. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht beim Dot Watchen. Unglaublich, es ist schon Tag 5. Ja, es ist unglaublich. Die Bundesstaaten fliegen vorbei sozusagen und Kansas ist jetzt für die Spitzenreiter schon Geschichte. Die drei schnellsten sind bereits aus Kansas draußen. Ja, und ich habe meinen Meilenrechner offen. Ich glaube, noch während dieser Aufnahme werden die ersten die 3000 Kilometer Marke knacken. Unglaublich. Ich habe ein bisschen, also nicht recherchiert, sondern einfach nachgedacht, was ich heute erzählen könnte zu Missouri. Und da ist mir was eingefallen. Und zwar, weißt du jetzt auf die Schnelle spontan, was die Hauptstadt von Missouri ist? Kansas City. Falsch. Aber es ist, Kansas City ist nicht die Hauptstadt von Kansas. Das ist ein bisschen absurd, aber... Ich weiß, dass Kansas City ist in Missouri oder in Mississippi. Jedenfalls Kansas City ist nicht in Kansas. Ja, es ist an der Grenze, aber die Hauptstadt von Missouri liegt auf der Route und ist unverkennbar durch ein ganz markantes Gebäude. Vielleicht warst du das jetzt. Okay, ja, haben wir gestern gesagt. Das Kapitol von Jefferson City. Und weißt du noch, wie gern ich das immer gehabt habe? Ja, Traum, weil man da wirklich eben, wie gestern gesagt hat, dieser unglaublich blöde Highway, der so mühsam ist und der sich so zieht. Und dann kommt man endlich runter und dann muss man in Jefferson City nicht einfach nur durch zur Brücke und über den Fluss drüber und dann weiter, sondern da fährt man noch so halber auf den Berg rauf und dann wirklich einmal drei von vier Seiten rund um das Kapitol herum, damit man es schön sieht. Ich habe das jetzt nochmal ganz groß eingesoomt in der Karte und es ist wirklich, es ist halt so ein runder Platz, wo in der Mitte das Kapitol steht. Auf das sind die Amerikaner natürlich unglaublich stolz. Überall hängen, so wie im ganzen Land, aber dort noch mehr. Die ganzen USA fahren und man sieht einfach schön, man fährt so einen Halbkreis herum. Und ich habe da immer schon durch den Stress auf dem Highway Richtung Jefferson City, war ich nervlich so am Ende. Und die Müdigkeit und der Stress und ich war genervt und krantig und habe irgendwie immer ein Ventil gebraucht, um Dampf abzulassen. Und ich habe, glaube ich, echt jedes Jahr, und das ist von Jahr zu Jahr stärker geworden, auf dieses Kapitol geschimpft. Und irgendwann sind wir mal dort vorne gesessen, also da haben wir halt eine Minute Pause gehabt, irgendwie Jacke ausziehen oder so. Und da habe ich, glaube ich, richtig geschimpfte Rade loslassen auf das nervige Gebäude, das einfach nur sinnlos herumsteht, damit wir da extra einen Kreis herumfahren müssen. Das hat mich zu einem Weißblut gebracht. Ja, was danach kommt, ist eben die Überquerung des Missouri River. Und da gibt es nicht viele Brücken, deswegen muss man durch Jefferson City durch. Und die Route, die danach kommt, die habe ich bei den viermal, wo ich dabei war, sind wir da, glaube ich, nur ein einziges Mal gefahren. Sonst war da immer irgendeine Umleitung wegen Überschwemmungen. Ja, weil es geht da wirklich die Straße ganz parallel zum Fluss entlang, wirklich ein Nullhöhenunterschied. Und man sieht auf der Karte erscheint, es ist im Prinzip wie so ein riesiges Flussbecken, Missouri River und Luftlinie ein Kilometer daneben oder so ist die Straße. Und der ist halt sehr, sehr oft überschwemmt und da gibt es immer wieder mal Umleitungen. Aber wenn wir die Originalroute gefahren sind, war das für mich immer eine der, wiederum der schlimmsten Etappen. Und ich habe da in meinem Kopf immer gehabt, so eine Hitlist mit den fünf schönsten Abschnitten und eine Shitlist mit den fünf fürchterlichsten Abschnitten. Und die Etappe von Jefferson City nach Washington, Missouri war eine von den fünf, die ich absolut nicht mögen habe, weil du bist immer noch erledigt und genervt und gestresst von dem Highway, fährst dann dahin. Es ist eigentlich angenehm, man fährt so ruhig und flocht dahin und plötzlich kommt ein Anstieg mit vermutlich 30 Höhenmetern oder 50 Höhenmetern, aber mit gefühlt 20% Steigung. Und davon kommen einige hintereinander. Und die kommen aus heiterem Himmel. Irgendwie birgt man kurz in den Wald, dann geht es fast senkrecht bergauf und dann geht es dahinter wieder bergab und man rollt so weiter dahin. Das ist echt für meine Nerven und das war körperlich immer ganz, ganz brutal. Ja, man kommt da in so ein Hügelland. Also das sind so ganz schöne grüne Hügel, landschaftlich schön. Das Gemeine ist halt, dass es auf der Karte im Höhenprofil nicht noch viel ausschaut, aber es tut richtig weh. Was ich da sehr, sehr spannend finde, das ist so eine Gegend, da liest man ganz viele deutsche Namen. Autogeschäft Meier und Brauerei Huber und da gibt es eine ganz starke deutsche, nicht wirklich deutsche Community, aber die da bei der ersten großen Welle von deutschen Einwanderern dort in der Gegend waren. Und auch, vielleicht kommen wir gleich jetzt dazu, wollte ich mir für später auffalten, die Time Station in Washington. Das ist wieder eine, die ist bemannt. Da ist ein Radshop, die machen sich ganz viel Mühe. Die haben einen Pool, die stellen Klos zur Verfügung, die stellen Essen zur Verfügung. Das letzte Mal, wie ich dort war, war ein Eis-Truck da, die haben uns gratis mit Eis versorgt. Eis zum Essen oder zum Kühlen? SS-Eis, ja, also so ein richtiger Eiswagen. Und das war so witzig bei deiner letzten Teilnahme, waren sie so, und jetzt der Strasser. Noch nie ist er zu uns einer gefahren, weil die Time Station ist bei einer Kreuzung, bei einer Ampel. Und das, was die dort aufgebaut haben vor dem Radgeschäft, das ist 500 Meter entfernt. Und für die Crew ist das natürlich super, da fährt man ab, da hat man einen Parkplatz, dann duscht man sich, dann geht man aufs Klo. Und dann haben sie uns schon gefragt, wird da jetzt endlich einmal zu uns einer fahren? Und ich habe gesagt, nein, der fährt nicht einer, der fährt ein Rennen. Und da ist zum Weiterfahren. Und dann sind alle vormarschiert, haben am Tracker geschaut, sind vormarschiert zu dieser Ampel, zu dieser Kreuzung, wollten dich anfeuern, im Vorbeifahren, und du hast da in einem schwachen Moment, würde ich fast sagen, hast du dir entschlossen, nein, heute fahr ich zu diesem Pool, weil es war da so extrem, das ist sowieso ein Thema, das jetzt sehr häufig vorkommt, es ist unglaublich schwül, es ist eine Hitze, nicht so wie in der Wüste, es hat sicher 10, 15 Grad weniger, aber es ist unglaublich schwül durch die vielen Flüsse und die Sümpfe und so, es ist total unangenehm, und drückend, und du hast da dann entschlossen, plötzlich aus dem Nichts, achtmal bist du dran vorbeigefahren und beim neunten Mal, jetzt haue ich mich da mal in den Pool rein. Und dann sind alle vorgestanden, niemand war im Pool, und du bist mit dem Radl hinterher gefahren und hast den Schädel im Pool eingehalten. Ja, und es gibt eine Videosequenz, wir haben ja jedes Jahr, das findet man jetzt immer noch auf YouTube, auf meinem Christoph Straßer YouTube-Kanal, Videos gemacht, und eine Episode, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das gewesen ist, da war die Cowbell-Wiki, kannst du dich an sie erinnern? Das war eine der motiviertesten Zuschauerinnen, ein riesengroßer Fan, und der ist immer mit ihrer großen Kuhglocke an der Kreuzung gestanden und hat mich angefeuert und alle anderen natürlich auch. Und ich habe echt immer ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich bin auch bei ihr vorbeigefahren, habe natürlich gewunken und kurz gegrüßt und so, aber ich wollte halt nicht stehenbleiben, weil ich wollte keine Minuten irgendwie verlieren. Und eines Jahres war die Ampel rot. Und das hat der Jürgen, unser Kameramann, so super in dem Video eingefangen und sie hat ein Foto mitgehabt oder ein Poster und ich habe das unterschrieben mit einem Edding-Filzstift und dann hat sie ihr Interview gegeben, dass sie jetzt seit vielen Jahren immer da ist und jetzt endlich hat sie dieses Autogramm gekriegt. Und sie war so happy und es war so lustig und ja, das ist Washington. Also das ist wieder so herzlich, man ist uns so froh, wenn man diese Timestation erreicht, aber der Weg dorthin ist hart. Ja, kommen wir mal zum Renngeschehen. Und bevor wir jetzt zu den ganz Vorderen kommen, welches Rennen wir da ein bisschen vernachlässigt haben bis jetzt, war Alan Jefferson gegen David Hasey. Und die sind jetzt gerade innerhalb von einer Meile. Die sind quasi gerade gleich auf. Und das schon länger, das heute schon den ganzen Tag. Also da geht es auch ordentlich zur Sache. Ja, und auch dahinter, die Nicole Reist und der Bottelklaus sind sehr, sehr knapp beieinander. Und auch knapp dahinter ist noch der Mathieu Lozelle. Muss ich sagen, über ihn weiß ich nichts. Aber auch da hinten gibt es nochmal so ein Dreier-Duell. Also es zeichnen sich immer mehr so Pakete ab, die sich untereinander wirklich matchen und das Rennen so faszinierend, spannend machen. Wobei natürlich das Duell an der Spitze sich jetzt ein bisschen entzerrt. Also da sind die Abstände größer geworden. Das Spitzentrio hat jetzt doch schon ein paar Meilen zwischen sich. Und ich habe mir dazu ein paar Sachen rausgeschrieben und durchgerechnet. Genau, das haben wir gestern im Off noch besprochen. Blöderweise, aber wir waren halt einfach schon so lang. Aber ich glaube, das geht heute auch noch. Ja, und zwar habe ich mir angeschaut. Die Zwischenzeiten am HV-Point, das ist jetzt natürlich schon fast einen Tag her. Aber trotzdem sehr interessant, weil die Zwischenzeit am HV-Point sagt natürlich einiges aus, mit welcher Zeit man dann vielleicht im Ziel rechnen kann. Und zwar hat der Jimmy Rönn als Führender drei Tage 23 gebraucht. Und der Lukas Kaufmann nur eine halbe Stunde länger. Und ich habe dann meine Zeit hergenommen von 2019. Ich habe drei Tage 18 Stunden. Also war circa fünf Stunden schneller. Und wenn ich mir jetzt überlege, die Geschwindigkeit und das Irgendwie könnte alles konstant bleiben. Vielleicht in der zweiten Hälfte des Rennens wiederum fünf Stunden Unterschied. Dann ist eine Finisherzeit von ungefähr acht Tage 20 circa für einen Sieger möglich. Und das bedeutet noch überhaupt nichts. Aber das deutet doch darauf hin, dass es heuer ein schnelles Rennen sein wird. Und ich persönlich tippe drauf, dass die Siegerzeit unter neun Tagen sich ausgehen wird. Wer auch immer das tun ist. Und beim HV-Point war der Dominik Mayrhofer noch vier Tagen zwei Stunden 45 durch. Also er hat dort nur circa drei Stunden Rückstand gehabt auf dem Lukas Kaufmann. Vielleicht können wir jetzt gleich deine andere Berechnung auch noch anschließen. Du hast nämlich ausgerechnet, dass der Dominik Mayrhofer am Rad zwei kmh schneller ist, aber einfach längere Stehzeiten und ein bisschen eine andere Schlafstrategie verfolgt. Ja, der Dominik ist unfassbar schnell. Es ist absolut unglaublich, der fährt einen Schnitt von über 31 kmh. Und der ist jetzt seit bald fünf Tagen. Und man muss aber dazu sagen, das ist der Schnitt netto. Also nur, wenn er am Radl sitzt und seine Strategie ist aber, dass er deutlich mehr Pausen macht. Er hat schon 25 Stunden Stehzeit insgesamt und ist dadurch halt auf Platz drei. Und zum Beispiel der Lukas hingegen hat einen Schnitt von 26,7, also ungefähr vier kmh weniger, aber erst neun Stunden Stehzeit. Das heißt, das ist fast ein Drittel von der Stehzeit und schläft natürlich weniger und hat deswegen weniger Erholung. Und man sieht da ganz extrem deutlich die unterschiedliche Strategie. Und der Jimmy Rönn ist irgendwie ähnlich wie der Lukas, fährt um einen Hauch schneller, hat aber sehr, sehr wenig Stehzeiten. Und das sind, glaube ich, so die größten Kontraste, die man haben kann von der unterschiedlichen Herangehensweise. Fuhigas Radl fahren und mehr Pausen machen und konstant gemäßigt Radl fahren und ganz, ganz wenig Pausen machen. Und ich muss sagen, das macht es auch so spannend, wenn man jetzt noch nach vorne schaut, weil es besteht die Möglichkeit, dass der Lukas in den Bergen, er kommt ja von Mountainbiken, er ist sicher der beste Bergfahrer im Feld, dass er in den Appalachen nochmal zulegen kann. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass der Domi, Dominik, der sich jetzt sicher körperlich immer gut erholt hat und der Schnellste ist, am Schluss die Stehzeit nochmal verringert und dadurch nochmal hinkommt, weil er jetzt einfach noch fitter ist als die anderen beiden. Also es ist wirklich unglaublich spannend und wir freuen uns schon auf das, was noch kommt. Ja, und vielleicht sprechen wir es gleich an. Es kommt jetzt dann St. Louis, die Stadtumfahrung. Das ist auch ein super blöder Abschnitt. Da fährt man so auf der Ringautobahn rund um die Stadt St. Louis. Da ist fast egal, zu welcher Tages- und Nachtzeit, da ist immer unglaublich viel Verkehr. Und dann kommt das, was ich gestern fälschlicherweise schon angesprochen habe, die Überquerung des Mississippi. Und ich glaube, da möchtest du unbedingt mit meinem Lieblingsmythos endlich aufräumen. Ja, es gibt diesen Mythos vom Rhein. Beim Mississippi geht das Rennen erst richtig los oder da wird es nochmal neu gestartet. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe einfach nicht, was das für ein blöder Mythos ist, weil wenn du mit fünf Stunden Vorsprung hinkommst, hast du fünf Stunden Vorsprung. Und wenn du Kopf an Kopf hinkommst, dann ist das Rennen sowieso voll im Gange. Aber man sagt halt, und das kann ich definitiv unterschreiben, das letzte Drittel, das ist ziemlich genau beim Mississippi, ist das Schwierigste. Und ich muss sagen, das letzte Drittel ist mit Abstand das Schwierigste. Die Müdigkeit, die geistige Verfassung, die körperlichen Strapazen und vor allem auch die Strecke. Also für mich war immer die Strecke am Ende wirklich, wirklich herausfordernd. Ich habe es mir auch einmal angeschaut, wo ich in einem Trainingslager zu Ostern im Frühling verortet habe, mit einem frischen Zustand, mit voller geistiger Verfassung, dass ich einmal wirklich sehe, wie das da ausschaut, ohne dass man müde ist. Und ich muss sagen, es ist wirklich schwierig zu fahren. Und natürlich, wenn du so müde bist, dann fühlt es sich noch doppelt so schwierig an. Was gestern Abend noch passiert ist, es sind die Teams gestartet. Und wenn man heute auf den Tracker schaut, die sind schon unglaublich weit. Die sind schon, das erste Team ist jetzt sogar schon in Flagstaff. Also das ist ein ganz anderes Tempo, was diese Teams, vor allem diese 8er-Teams, hinlegen am Anfang. Und man wird jetzt in den nächsten Stunden wirklich beobachten können, wie sie das Solo-Starterinnen-Feld langsam von hinten aufrollen werden. Wir haben ja in den Vierer-Teams auch eine österreichische Beteiligung, nämlich das Floro Racing Team. Und der Florian Werner, einer von den vier Teilnehmern, der das auch gemanagt und organisiert hat, im Vorfeld hat uns gestern vor dem Start eine kurze Nachricht geschickt. Und wir spüren da jetzt ab. Das sagt uns ein bisschen auch, wie die Stimmung vor Ort ist. Lieber Christoph, wie versprochen, wir befinden uns jetzt gerade in Oceanside, direkt beim Start zum härtesten Bicycle Race of the World, zum Race Across Amerika. Das Floro Racing Team startet im Relay of Vier. Also wir sind ein Vierer-Team. Florian Werner, Adi Stöger, Peter Brandenburger und der Bernhard Goll. Wir wollen Vollgas geben. Es ist ein Traum, der für uns in Erfüllung geht, dass wir dastehen dürfen, dass wir jetzt Amerika gewähren dürfen. Natürlich drucken wir und verfolgen vor allem, was der Luki und der Dominik aufführen. Unglaublich, wie die unterwegs sind. Ich hoffe, wir können Ihnen das so nachmachen. Drucken natürlich auch Vollgas drauf. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast. Es freut uns, wenn es natürlich ein bisschen was über uns erzählt, wenn es uns verfolgt. Und wir werden natürlich auf Instagram und auf Facebook so viel wie möglich preisgeben und herzeigen. Danke und bis bald. Ride on. Ciao. Momentan sind sie auf Platz 4 unterwegs nach ungefähr einem Tag mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 21 Meilen. Das sind so um die 34 kmh grob gerechnet. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wie sie das organisieren, wie sie sich abwechseln, welche Rhythmen sie fahren, wie viele Minuten jeder Fahrer am Radl ist. Aber da kriegen wir vielleicht in den nächsten Tagen noch ein paar Updates. Und was das besonders interessant macht, der Wolfgang Fasching, dreifacher RAM-Sieger und achtfacher RAM-Teilnehmer aus Österreich, ist mit dabei im Betreuerteam. Und das ist sicher ein ganz, ganz großer Erfahrungs- und Wissensvorteil. Ich möchte noch ganz kurz die Achter-Teams ansprechen. Das ist immer so ein kleines guilty pleasure von mir. Die finde ich so beeindruckend. Also allein der logistische Aufwand drumherum, um acht Personen dazu zu bringen, mit dem Rad zu fahren und da keine Stehzeiten zu haben. Also es darf einfach nicht passieren bei acht Radfahrern, aber das zu organisieren, die alle von A nach B zu bekommen, die Shuttles, die Pace-Cars, die Wohnmobile, das ist ein unglaublicher Aufwand. Aber gut organisierte Teams können da unglaubliche Zeiten hinlegen. Ich habe das immer so gut gefunden, dass du dich so für die Teams begeistert. Für mich ist das immer so ein bisschen vorbeigegangen, aber du hast im Betreuerteam auch immer mitverfolgt, was die Teams machen. Und es war vor vielen Jahren so, dass die Teams einen Tag früher gestartet sind. Und dann war es so, dass meistens sogar die Solosieger noch am letzten Tag von den schnellsten Teams eingeholt wurden. Mittlerweile ist der Teamstart einen Tag später und normalerweise sollten die Solo-Fahrer, die schnellsten, nicht eingeholt werden. Aber ich bin einmal von einem Team überholt worden, irgendwo in den Appalachen am letzten Tag. Und das war sowas von frustrierend. Ich bin da mit gefühlten 12 kmh leicht bergauf gefahren und der Typ ist mit Oberschenkel wie Robert Förstemann. Eine absolute Maschine ist da mit einem 40er an mir vorbeigekrocht. Und ich habe nur den Gedanken gehabt, vielleicht kann ich ein paar Meter irgendwie mich reinhängen, aber genau eine Betalumdrehung und ich bin komplett explodiert. Das war unfassbar. Ja. Ich bin jetzt noch einmal zu weit reingezoomt in den Live-Tracker. Fällt dir noch was ein, was noch passieren wird morgen? Also ich denke, die wichtigsten Punkte Mississippi, Washington haben wir angesprochen. Es ist immer so schwierig vorherzusehen, wie weit sie kommen werden bis zur nächsten Aufnahme. Man denkt ja, okay, da sind 10 Timestations voraus, aber zwischen den Timestations, die sind im Schnitt 100 km lang. Also zu sehr übertreiben darf man es dann auch nicht mit dem Vorausgehen. Nein, und man muss ja sagen, es wird jetzt schon langsam, aber sicher natürlich bei allem das Tempo runtergehen und der Fortschritt von Tag zu Tag wird nicht mehr ganz so groß sein. Aber was ich noch sagen möchte, was ich mir noch notiert habe, das ist wahrscheinlich auch ein Mitfaktor, der Zustand der Straßen. Ich weiß nicht, wie du das im Auto empfunden hast. Für mich war das die absolute Hölle. Es sind immer öfter Passagen, die so Querrillen haben die ganze Zeit. Also Betonplatten aneinandergereiht mit ein paar Zentimeter Freiraum dazwischen und du hast jedes Mal, und es ist noch drei bis fünf Metern, kriegst du einen Schlag. Du spürst das in der Fußsohle, du spürst das am Hintern, du spürst das in den Händen. Und das ist so unangenehm. Und noch dazu gibt es immer wieder Passagen, da musst du auf dem Panenstreifen ausweichen, ganz noch rechts. Und dann hast du diese Rillen, die gefrästen Rillen, damit der Sinn dahinter ist, LKW-Fahrer, Autofahrer, die müde werden und vielleicht seitlich abdriften, die werden wachgerüttelt. Und du musst dann mit dem Radl da immer wieder mal auf die Fahrbahn, auf den Panenstreifen und jedes Mal hast du dieses, du musst so über, ja, es fühlt sich an, wie wenn du ein Reißbrett drüber fährst. Das ist echt, echt unangenehm. Ist auch im Pace kaum mühsam. Was jetzt, die Highways ändern sich jetzt auch ein bisschen. Was jetzt in Kansas und vor allem auch in Arizona, in der Wüste, da waren die, es waren zwar Highways, aber die Zu- und Auffahrten waren meistens einfach so 90 Grad Kreuzungen mit Stopptafeln. Jetzt schauen die Highways eher mehr so aus, wie man es aus Europa kennt, mit so richtigen Verzögerungsstreifen, Abfahrten, Unterführungen und Auffahrten und Beschleunigungsstreifen. Und was beim Ram das Spezielle ist, dass wenn es sowas gibt und man am Highway unterwegs ist, dann muss man auf die Abbiegespur, auf dem Verzögerungsstreifen vom Highway runter, unten ist eine Stopptafel, die Straße überqueren und wieder auf die Auffahrt rauf, auf dem Beschleunigungsstreifen und auf dem Highway. Und wenn da drei, vier von denen hintereinander sind, das zehrt auch mental ein bisschen. Das ist nicht lustig. Apropos mental zehren. Wir haben ja einen, ich sage jetzt einfach ganz liebevoll, Lieblingsteilnehmer, den Valerio Zamboni. Und der kämpft natürlich so wie immer mit der Karenzzeit. Mit seinen 70 Jahren ist es so beeindruckend, dass er da immer noch am Start steht und sie quasi den Strapazen aussetzt. Und ich habe mich mal erkundigt, beziehungsweise Sabine hat der Alessandra, der Frau von Valerio, eine Nachricht geschickt, um zu erfahren, wie es ihm geht. Und die Nachricht ist auf Englisch, aber ich glaube, die meisten werden es verstehen. Wir fassen es noch kurz, Tom und Abadlan. Die Sprache, ich liebe es, wenn Italiener Englisch reden. Das klingt großartig und wir hören jetzt was vom Valerio. Sabine, ich bin so froh, dass du deine Message zu bekommen hast. Du bist so kind. Listen, ich schlau immer in der Nacht, irgendwo. So, ich habe in Durango, ich habe in Durango, er hat all die Dissenten. Ich habe ihn in South Fork. So, ich habe ihn ein bisschen Angst, weil ich zwei Mal schlaufe, weil ich zwei Mal schlaufe in meinem Arm, in der Mitte der Straße, standen. Aber dann, ich habe ihn zurückgezogen, aber dann, ich habe ihn zurückgezogen. Er sieht mir okay, er sagt, dass er nicht gut ist, nicht gut ist. Der Speed, der Average ist nicht gut. Aber wenn ich die Zeit, der besten Zeitstation in der Vergangenheit in der Vergangenheit hatte, er hat ein paar Stunden, also ich bin nicht zufrieden. Ich denke, er ist gut. Also, ich habe ein paar Tage, ein paar Tage, ein bisschen Pasta, ein paar Tage, ein paar Tage. Aber ich weiß, dass es in Ensure und die Carboidrate, Strasser Carboidrate, die Perotone ist. So, er machte alle Prozedur. Die einzige Sache, er hat sie herausgefunden, ist, dass sogar die Vanille hat viel Fiber. So, er war ein bisschen schuldig, dass er zu viel Fiber hat. Aber für den Rest, jetzt habe ich noch mehr Strasse gefunden, aber wir haben beide 240 Botteln von Ensure. So, anyway, alles sollte gut finden. Danke, Amore, für einen großen Cast zu Christoph und wir sprechen auf der Weg. Un bacio grande. Ciao. Also, beim Valerio scheint es schwierig, nach vorne zu gehen. Die Geschichte, dass Alessandra, sie ist ja nicht direkt bei ihm im Team, aber sie ist halt auch auf der Strecke und schaut immer wieder mal vorbei. Und da hat sie ihn halt einmal umarmt bei einer kurzen Pause und dann ist er eingeschlafen. Das ist irgendwie eine total liebe Geschichte. Aber andererseits halt sagt es auch, dass er wirklich am Kämpfen ist. Und was ich auch nicht ganz verstanden habe, sie trinken Ensure. Sie haben 240 Flaschen gekauft, Vanille und haben jetzt auf Erdbeer noch umgesattelt. Und warum nicht dunkle Schokolade? Ich verstehe es nicht. Ich weiß, also für alle, die es jetzt auf Englisch vielleicht nicht verstanden haben, in der Vanille ist zu viel Fiber, das ist wahrscheinlich Ballaststoffe drinnen. Deswegen sind sie jetzt auf Erdbeer gegangen. Aber ja, wahrscheinlich die davor haben in jedem Walmart wahrscheinlich die dunkle Schokolade schon weggekauft. Das ist halt, wenn man ein bisschen weiter hinten ist. An der Ramstrecke gehen selbst dem Walmart manchmal die Schuhe aus. Richtig, ja. Und das Peroton trinkt er auch. Das habe ich schon erzählt. Er hat sich 29 Dosen bestellt. Und was ich jetzt noch nachgerechnet habe, weil er sich Sorgen macht um den nötigen Schnitt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Zeit er jetzt zur Verfügung hat. Er ist ja ein bisschen früher gestartet. Er hat 13 Tage Karenzzeit, möglicherweise noch ein paar Stunden zusätzlich. Aber man kann es grob ausrechnen. Er hat aktuell 16,3 kmh Durchschnitt, inklusive der Stehzeiten. Und 15,8 ungefähr braucht er, damit er in der Karenzzeit ankommt. Also es wird knapp werden. Es wird wirklich knapp werden, weil man wird am Ende langsamer werden. Es kommen dir ein paar Lachen und er darf sich jetzt keine groben Zeitverluste mehr leisten. Und ich kann wirklich nur sagen, bitte, bitte Valerio, bleib stark und mach das historische Finish als erster 70-Jähriger. Es wäre großartig. Ja, wir werden morgen weiter analysieren. Ich möchte jetzt noch ganz kurz was unterbringen, was ich seit drei Tagen nicht geschafft habe, weil wir immer so gebannt waren. Die Lyle Wilcox fährt rund um die Welt und sie ist heute durch Österreich durchgekommen. Es ist natürlich jetzt zu spät, sie an der Strecke zu sehen und ein bisschen mitzufahren. Aber vielleicht haben wir ja Hörer oder Hörerinnen, die in Slowenien und Kroatien unterwegs sind und sich vielleicht ein paar Meter mit der Lyle Wilcox mitfahren möchten, wenn sie versucht, in ein bisschen über 100 Tagen rund um die Welt mit dem Fahrrad zu fahren. Ja, das ist genial. Ich habe es leider auch nicht gewusst. Ich habe auch nicht gewusst, dass die Fußball-AM losgeht. Ich bin einfach nur im Ram-Tunnel. Es ist ein Wahnsinn. Ich habe jetzt selbst auch noch zwei Sachen und dann ist für heute genug. Und zwar, wir haben jetzt schon die dritte Zeitzone beim Ram. Insgesamt werden wir vier Zeitzonen durchfahren und Missouri und was ist das nächste? Also in Illinois beginnt die nächste Zeitzone und die letzte, die man dann erlebt. Das heißt, wenn man sich dann die Ortzeit von diversen Timestations anschaut, muss man das immer mitbedenken, dass immer in der Zeit das Finish gerechnet wird. Und jetzt haben wir eben noch minus eine Stunde auf die Zeit, die dann im Finish stehen wird. Und ja, was es eben so spannend noch macht, letzter kurzer aktueller Zwischenstand. Wenn wir jetzt aufs Leaderboard schauen und nochmal refreshen zum 700. Mai an dem Tag. Jimmy Ron hat jetzt 1.870 Meilen, der Lukas ist 40 Meilen dahinter und der Dominik ca. 100 Meilen hinterm Jimmy. So ist der aktuelle Stand. Und ja, wir werden sehen, was bis zum Morgen passiert. Der Jimmy hat jetzt definitiv noch einen Vorteil, nämlich die Erfahrung. Er ist beim Race Around Poland sechs Tage, 19 Stunden unterwegs gewesen voriges Jahr als Gewinner. Und für Lukas und Dominik war noch nie ein Rennen länger als vier Tage. Das heißt, da betreten sie jetzt sowas wie Neuland. Wir werden das beobachten und werden euch morgen updaten. Und eine letzte Sache noch. Wir haben ja in unseren regulären Podcasts den Flo als Supporter, beziehungsweise umgekehrt Psych-Light als Supporter von Flo. Und da gibt es ja die 10% Ermäßigung auf alle Radtaschen. Und diese Aktion, weil der Flo so ein überragender Botschafter ist und so eine große Fanbase hat, ist die Aktion verlängert worden. Das heißt, der 10% Rabattcode gilt jetzt bis Ende Juni. Und mit dem Code Sitzfleisch kann man eben bei ultracyclingshop.com oder cyclite.cc um 10% günstiger bestellen. Und was bei mir auf ultracyclingshop auch noch neu gibt, ist von Abitura eine Schiene für die Trinkflaschenhalter. Das heißt, wenn jemand das Problem hat, dass durch die Backtaschen im Rahmen die Trinkflaschen nicht mehr Platz haben, kann man mit dieser Schiene die Trinkflaschen weiter nach unten positionieren. Dann hat man da quasi eine Verstellmöglichkeit und nach oben hin etwas mehr Platz. Das war jetzt die einzige Werbung. Wir machen diese Special Episoden wirklich komplett aus Begeisterung ohne kommerzielle Hintergründe. Das möchte ich noch einmal gesagt haben. Und weil es für uns natürlich auch cool ist, wenn wir da ein bisschen eine Hilfestellung bieten oder Mehrwert bieten, weil das wirklich gute Sachen sind. Und ich glaube, jetzt sind wir schon wieder länger geworden. So wie das RAM sich zieht, am Ende werden unsere Episoden immer länger. Deswegen sage ich jetzt auch nichts mehr.